Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Und, Freunde, wir machen heute was richtig krasses Neues schon wieder. Oh mein Gott, oder man macht schon wieder was Neues? Junge, ich hab so einen kleinen Jarrack. Ich glaub, der Jock wird nicht so alt. Freunde, wir spielen heute Rocket League, aber nicht in Fortnite, sondern das Original. Und, Freunde, sobald ich ein Battle gewinne, werden wir ein Rocket League Fake spielen, Freunde. So wie in Fortnite, aber nur als Rocket League. Deswegen lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würd mal sagen, schatten rein. Und ich bin echt, echt mies in Rocket League. Aber egal, wir spielen rein, kompetitiv, 1 gegen 1 und gucken, wie schlecht mein Gegner ist. Ich hoffe, der ist so schlecht wie ich. Deswegen, let's go ins Battle. Und abonniert meinen Kanal, klein bin Mensch. Okay, Friends, es geht los. Und zwar sind wir Team Blau natürlich und werden das Ding hier nach Hause holen. Und unser Gegner ist Kerim. Und wie gesagt, Freunde, ich hab mich ein bisschen warm gespielt, muss ich euch ehrlich zugeben. Aber ich bin nicht so gut in dem Game. Ich sag euch ehrlich. Aber, wie gesagt, wir müssen natürlich hier versuchen zu gewinnen. Oh je, Mine. Oh, der Geier hat schon Boost und so. Ist das ein Smurf? Ich sag's euch, wenn das ein Smurf-Account ist. Er ist zu gut. Er ist zu gut für mich, glaub ich. Komm, wir machen den Ding jetzt rein. So. Wir bringen ihn in die Mitte. Nein, der hat mich gecrasht. Nein, wir haben keinen Boost. Wir haben keinen Boost. Das wird so ein Pillow-Tor. Das wird so ein Pillow-Tor. Oh, Junge. Let's go, Digga. Das war so ein Scheiß-Tor. Aber egal. 1-0. 1-0. Wir wollen uns hier natürlich nicht beschweren. Freunde, ich hau jetzt die Skills raus. Die Schwitzer-Skills. Gut, 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 gut. Das ist schon mal sehr gut. Nicht auf meiner Hälfte, sondern auf seiner Hälfte. Ihr wisst, wir haben die Gewinnerfarbe Blau. So wie in... Okay, naja, Moment. Ich hab nichts gesagt. So wie in Fortnite. Aber weg mit dem Ball. Ich hab ein bisschen Struggles. Aber sehr schön. Sehr schön in die Mitte. Nein, ich hab keinen Boost. Nein, ich hab keinen Boost mehr. Nein. Er hat sich den großen Boost geholt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alles gut, Freunde. Alles gut. Der Struggles, der kämpft mit sich selbst, der Typ. Okay, ich auch. Ich kämpfe mit mir selbst, Junge. Was mach ich da? Okay, Friends. Wir struggeln gerade. Aber ist schon okay. Ist schon okay. Aber er ist auch so schlecht wie ich. Also, kein Problem, Freunde. Wir führen eh noch. Oh, nee. Das war schlecht. Nein. Bruch. Kerim, Digga. Da ist einfach Kerim, der Typ. Okay, Kerim will hier... Ist auf Zack. Let's go. Wir gehen rein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Den macht er nicht rein. Ich muss hier schwitzen, Friends. Danke für's Rausholen. Danke, Bruder. Oh mein Gott. Bin ich bad. Okay. 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 Alles gut. Schön in die Mitte gespielt. Er struggelt. Nein. Nein. Das war so bad. Das war so bad. Er struggelt. Er struggelt. Back mit dir. Kaboom. Kaboom. Hab's genommen. Sehr schön. In die Mitte gespielt. Doch nicht. Schade. Alles gut. Gar kein Problem, Freunde. Wir haben noch eine Minute und 30 Sekunden Zeit, um das Ding hier für uns zu entscheiden. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Sehr schön. Er fliegt aus dem... Oh mein Gott. Das ist zu gut für uns. Eine Minute noch, meine Damen und Herren. Gibt's eine Verlängerung? Nein. Nein. Als ob ich jetzt noch verliere. Nein. Okay, das kann nicht sein, Freunde. Wir müssen jetzt... Wir müssen noch das Tor reinbatzen. Wir müssen das Tor reinfetzen. Ich spiele gerade richtig schlecht. Das gefällt mir gerade selber nicht. Ich habe mich aufgewärbt. Da habe ich besser gespielt als jetzt. Wirklich. Aber sobald die Kamera an ist, bin ich ein bisschen nervös. Habe ich so das Gefühl? Okay. Wir brechen ihn, wir brechen ihn, wir brechen ihn, wir brechen ihn. Bruch. Let's go. Er ist gebrochen, er ist gebrochen, Friends. Er ist gebrochen. Was mache ich da? Was mache ich da? Was mache ich da? Bats. Sehr schön. Er ist gebrochen. Er ist gebrochen, weil er drin ist. Er ist gebrochen, Friends. 14 Sekunden noch. Das macht er nicht. Das machst du nicht. Das macht er nicht. Ich bin so heiß, Freunde. Ich will ein Rocket League Fake spielen. Und der ist drin. Nein. Ich habe keinen Boost. Ich wollte fliegen. 3, 2, 1. Und? Nein. Schade. Das wäre noch ein Tor geworden. Ich sage euch ehrlich. Das wäre noch ein Tor geworden. Freunde. Willst du noch mal Bing-Bing machen oder nicht? Okay, Freunde. Das heißt, wir haben mit 3 zu 2 gewonnen, Freunde. Und das heißt, wir gehen jetzt in das nächste Game. Und zwar in Fortnite Rocket League. Und da spiele ich gegen meinen Partner André. Wir werden reinschauen, Freunde. Wir werden schauen, wer besser ist. Natürlich bin ich jetzt warm gespielt. Deswegen hat der Pech. Bis gleich. So, Freunde. Wir sind jetzt in Fortnite und in einer Rocket League Map. Und zwar mit meinem Freund André. Freunde. Ich wollte mal sagen, wir starten jetzt die Map und dann André. 1 gegen 1. Du gegen mich. Wenn ich gewinne, spiele ich das weitere Fake. Wenn du gewinnst, dann spiele ich auch das andere Fake oder so. Okay. Aber wir sind anscheinend im gleichen Team. Anscheinend. Anscheinend. Komm, wir spielen gegen niemanden. Dann kannst du mich verlieren. Ey, das wäre echt wild. André, was geht? Jo. Meiner. Ja, komm. Wir spielen trotzdem. Ja, was willst du machen? Ich klatsche einfach in dein Tor rein. Äh? Du 1,30er. Okay, komm. Wo ist der Ball? Oh mein Gott. Guck mal, wie er jetzt will, Digga. Wo ich vorne bin. Junge, was denkst du? Sag mit dir, Digga. Warum stehen da Autos im Weg? Junge, weil die Depp für drei Leute ist, glaube ich. Aber egal, Freunde. Ich hab's, ich hab's. Was ist dabei? Oh. Was, Junge? Ich bin der Beste, Bro. Ich sag's dir. Der Langsame. Guck, guck, guck. Und der ist drin, André. Digga, der... Was für... Hä? Moment, Digga. Wo war der Ball, Digga? Junge, der Ball ist so schlecht in Fortnite. Der ist so kacke, wirklich. Oh mein Gott. Die Tricks mixen auf... Die Map ist so kacke. Das ist schon das Schlechte, was du spielst, Digga. Digga, das ist schon übelst kacke, wirklich. Ich dachte, das ist noch ein guter Fake, aber das ist ja übelst kacke. Aber das liegt halt am Ball, ne? Da können die nichts... Der Ball ist ein Vorteil, dass es halt schmilzt. Ich schwör. Ist halt echt so, weil... Das Gefühl von dem Auto ist immer noch gleich, aber... Ball ist halt Müll. Guck mal, du hättest den Ball so getroffen in Rocket League, der wäre bis nach... weißt du, weiß ich, Timbuktu geflogen. Das war ein wilder Stoß, André. Ich bin berüchtigt dafür, Digga. Für den Stoßen? Für den Stoßen zu machen. Digga, ich weiß nicht mal, wo der Ball ist. Ey, das ist so ein Schmutzball, ne? Das ist so ein Kackball, wirklich. Der Ball ist bei mir, wo bist du? Oh, hi. Schick mit dir, okay? Komm noch, als Gang 1. Komm noch. Ich mach den jetzt rein, Digga. Ich mach ihn jetzt rein. Genug gespielt. Ja, machst du ihn bei dir rein? Ich mach. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt orange. Ja. Ich bin jetzt Timo Orange. Ja, okay. Oh mein Gott, nein. Piss dich aus deinem Tor. Digga, geh mal weg, Junge. Lass ihn mal reinmachen. Nein. Ey, Digga, der Ball ist echt Schmutz. Und... Ah, ehrenlos, Digga. Gerettet. Gerettet, Junge. Gerettet. Der ist drin. Boah, wilder Hit. Hä? Digga, der Ball fliegt so kacke. Ja, er ist auch 1 FPS. Digga, was ist das? Was ist das wirklich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was für wilde Tricks ich gerade gemacht habe. Ich muss nur ein Tor machen, bitte. Nur ein Tor. Andre kriegt das Safe nicht hin. Wilder Trick? Wilder Trick? Junge, er bleibt immer auf der gleichen Stelle. Ehrenlos. Es ist schwer, er bleibt immer auf der gleichen Stelle. Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Wir wollen drei Jahre, um den Ball rüber zu kriegen. Junge, warum haben Rocket League nicht auch... Oh, Ehre. Ehre, Andre. Ja, jetzt fliegt er in die Welt, Digga. Nein. Oh mein Gott. Du 51er. Ich hab die Meter. Wie? Sag ehrlich. Du musst so in die Mitte springen vom Ball. Ich muss in die Mitte springen vom Ball. Nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Der ist nicht drin, der ist nicht drin. Ich bin da, Digga. Ich bin da, Digga. Ja, hast du nicht mitge... Der geht nicht mal rein, Bro. Der geht nicht mal rein. Jürgen, du musst in die Mitte vom Ball springen. Junge, mach das mal. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Du kleiner 1,50er jetzt. Pass auf, pass auf. Hä? Was will ich nicht, dass die mal anders... Junge, ich... Dieser Ball ist so kacke, Andre. Ich raste gleich aus, wirklich. Ey, ich will... Nein, nein. Ja. Wo ist der? Hab ich. Hast du? Ehre. Bitte. Ja. Oh mein Gott. Du E-Klinger. Let's go, Digga, Freunde. Ich sag mich ehrlich. Nein. Hast du gar nicht. Wo ist der Ball? Nein, der ist nicht drin. Ist der reingegangen? Ist der reingegangen? Junge, ich hätte schon 50-0. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Guck, der geht gar nicht rein, Andre. Man kann kein Eigentum machen. Kann man halt echt nicht. Warum bist du so? Junge, wo bin ich? Ich bin gefangen. In meinem Tor. Das zählt nicht. Nein, wir machen elf Meter. Ich geh jetzt zu meinem Tor. Versuch ihn jetzt zu kriegen. Okay. Warte. Drei, zwei, eins. Ja, okay. Auf einmal schießt der übelstark. Nein. Ja. Nee, ist er los. Ja. Junge, ich hätte gewonnen. Ich sag so. Du hättest gar nichts, Digga. Okay, Andre, vielleicht... Nee, es wäre 2-1 ausgegangen, Bro. Du hättest nur ein Tor gemacht. Junge, ich hab davor auch dreimal reingetroffen. 2-1. Ich hab gewonnen. Okay, Freunde. Ich muss mal sagen... Das war echt gekürzt, Bruder. Ach, guck mal. Jetzt. Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal bist du ein Red Team. Lass es nochmal spielen. Hau ab, Junge. Der Ball macht todesaggressiv. Der macht tiefelaggressiv. Ja, nee, Odomann ist recht, Digga. Lass nochmal spielen. Dein, der viert. Junge, guck mal den Ball an. Junge, ich krieg Kopfschmerzen davon, Freunde. Ich würd mal sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Fake. Let's go. Okay, Freunde. Wir sind in Roblox. Und zwar in Blocky League, Freunde. Mal schauen, wie das Spiel ist. Aber irgendwie hab ich so das Gefühl, da es Roblox ist, kann es nicht so krass sein. Aber... Oder auch ganz krass. Also bei Roblox ist es immer so, entweder ist es ganz schlimm oder komplett krass gemacht. Ich bin mal gespannt, Freunde. Und ich denk mir erstmal nichts dabei. Und ich guck mal rein, was hier jetzt passiert. Okay, Freunde, wir gehen rein. Hä? Oh mein Gott. Okay, das sieht ja übel gut aus. Guck mal, die Autos sind richtig fett gemacht. Man hat Skins und so. Okay, dann würd ich mal sagen, wir spielen einfach mal. Match finden. 2 vs. 2. Okay, ich bin gespannt. Alter, mein Auto sieht ja jetzt schon übelst krass aus. Okay. Kamera wechseln, fahren, boost und springen. Okay, wie bei Rocket League. Ganz normal. Okay. Warten auf Spieler. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Freds, wir werden alle weghauen. Ich sag euch echt, Verteidigen steht hier. Okay, wir sind orange also. Oh mein Gott. Hä? Das ist ja übel gut gemacht. Also für so ein... Für Roblox ist das krass. Oh mein Gott. Nein, bitte sag mir nicht. Es ist die Sicht. Oh mein Gott. Es ist wirklich... Oh, ich dachte gerade... Boost. Oh mein Gott. Krank. Komm, wir machen den rein. Okay. Oh mein Gott. Das hat sogar für Kamera visieren. Zack. Bring ihn rein. Bring ihn rein. In die Mitte. Okay. Wir gehen mal hier. Okay. Wir ziehen durch. Zack. Okay. Wir haben gut genug Boost. Junge, das ist übel gut. Komm her. Nein. Ins Tor, Junge. Okay, das Springen ist ein bisschen komisch. Weil der springt egal, wohin der springt. Der springt komisch. Oh mein Gott. Nein. Die machen ein Tor. Rein da. Wo ist der Ball? Da hinten? Okay. Zack. Der ist drin. Der ist drin. Der ist drin jetzt. Nein. Ich habe ihn weggehauen. Wo ist der Ball? Da. Okay. Ich meine... Oh mein Gott. Komm, komm, komm. Nein. Junge. Ich habe mich gegen den... Bring ihn in die Mitte. Bring ihn in die Mitte. Junge, was passiert da? Der Ball färbt sich für den, der ihn als letztes getroffen hat, sozusagen. Aber nicht so schlimm. Wir holen uns den Ball wieder zurück. Let's go. Oh mein Gott. Komm, bitte. Wir haben sogar einen Teammate jetzt. Irgendein Random. Weil es geht nur zwei versus zwei. Ich bring ihn. Ich bring ihn. Ich bring ihn. Okay. Er bringt ihn sich selber. Junge, der Ball ist ganz komisch. Fred, seht ihr den Ball? Der slidet einfach überall hin, gefühlt. Junge, das leckt so hart, ne? Komm. Let's go. Eins zu null. Wir haben noch eine... Oh, Wiederholung. Okay. Er macht da... Keine Ahnung, was er da macht. Ich fahre daneben. Und rein da. Er hat ihn reingeschossen. Let's go, Bruder. Let's go. Ich will jetzt nichts sagen, aber Rocket League ist auch kostenlos. Wir können auch Rocket League spielen, Bruder. Ich schwöre. Okay, let's go. Wir ziehen durch. Ich fahre schon mal... Bats. Der geht rein. Der geht doch nicht rein. Alles gut. Ich habe mich ein bisschen vertauscht. Hier ist, glaube ich, Springen keine Meter, wirklich. Hier darfst du nicht springen. Ich mache ihn rein. Ich mache ihn rein. Let's go, Baby. Let's go. 2 zu 0. Was wollt ihr, Ticker? Warum gibt es keine... Oh ja, jetzt guck jetzt. Ohne Blocks. Guck. Da bin ich. Und jetzt rein da, Friends. Bats, Junge. Irgendwie habe ich da so ein Schild vor mir oder so, der den reinmacht. Keine Ahnung. Okay, egal. 10 Sekunden noch. Vielleicht hauen wir noch ein Tor rein, Friends. Aber es ist wirklich cursed. Wirklich. Ich schwöre, es ist cursed einfach. Sehr schön. Und unsere Gegner sind irgendwie so Brote oder so. So ein Stück Toastbrot einfach. Oh mein Gott, ich mache ihn rein. Nein. Wir hätten ihn noch einmal. Nein. Okay, die Zeit ist doch schon um, oder? Also warum... Der Ball geht immer noch. Also der Ball ist irgendwie immer noch... Die Zeit war abgelaufen und ich habe trotzdem ein Tor gemacht. Und jetzt ist das ganze Spiel stecken geblieben. Ja, Freunde. Ich würde mal sagen... Ähm... Was war das, Bruder? Ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, ist ein Like da, lass ein Abo da. Und rein. Peace. Bis zum nächsten Mal.